Und hier sind wir wieder, eure Amanda und euer Sebastian zu unserem dritten Workout. Auf geht's! Zum Schluss kommen wir zu unserem Beine- und Rümpf-Workout. Wir starten am TRX. Hier machen wir TRX-Squats. Wichtig ist es, die Arme gestreckt zu halten und schön das Gewicht ins TRX zu hängen. Als nächstes machen wir Walking Lunges. Hier ist es wichtig, schön das Gewicht an den Schultern runterzuziehen und dynamisch nach vorne zu laufen. Und wir enden mit gestreckten Armen an der Stange mit den Knee-Raises. Und was ist eure Ausrede? Jetzt bist du dran. Für weitere Fitness-Tipps und die passenden Outfits dazu, geh auf sport2000.de.